Einleitung wie vorher auch. Ausrüstung. Du hast ein Kurzschwert. Und eine Armbrust. Und den Helm. Die müssen wir noch erforschen. Also, ne? Bogen, Bogen, Foki. Okay, alle haben schon mal was in der Hand, womit sie kämpfen können. Das ist gut. Wie schaut's hier unten aus? Das ist alles noch einigermaßen einheitlich. Eisstrahl umschlingen. Kannst du noch was? Nee. Und du hast Schattenumhang und Entzwein. Du hast keinen Kampfzauber. Das sollten wir möglichst schnell ändern. Hallo, danke. Soll ich euch ein wenig herumführen? Nein. Du kannst hier warten. Wir haben die Führung schon ein, zwei Mal gemacht. Die brauchen wir nicht mehr. Ah, ein Fass. Äh, pulsierende gelbe Flüssigkeit. Pulsierend war Resistenzen. Also, wir kommen Geogondos. Widerstand gegen Licht, mag ich. Sehr schön für einen Kreuzritter. So, also müssen wir müssen, warum ist der Punkt da blau? Na gut, wir müssen hier erstmal einen Auftrag abholen. Dafür kriegen wir ein Gegengift. Äh, wir suchen Arbeit. Wir wollen da Spinnen töten. Äh, wie viel Gold haben wir? 200. Joa, okay. Nix Neues da. Nix Neues da. Gutes Zwergenrüstzeug. Nein, erstmal nicht. Wir brauchen erstmal Gold, 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 Gold. Vorher will ich allerdings noch ein, zwei Sachen abklappern. Und einen Zauber kaufen. Also einen Zauber wahrscheinlich, wenn man sich unseren Goldvorrat so anguckt. Witzeerzähler ist da. Aber das sparen wir uns mal. Es gab auch noch ein, zwei Kisten hier in der Stadt. Und Fässer, genau. Spinne. Äh, hauen. Hauen. Widerstanden, okay. Nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Gut. Hauen. Kannst du schießen? Kannst du im Nahkampf schießen? Sieben Schaden nur. Okay, wenn man im Nahkampf schießt, gibt's wohl Abzüge. Du Eis. Du Hauen. Kein Gift. Gut. Stirb. Stirb. Wir zertreten die Spinnen unter unseren Füßen und verbrennen ihre Nester. Das ist ganz schön garstig. Taka-taka-terrik. Aber es ist wohl wahr. Das würden wir machen, wenn wir es könnten. Erstmal Kisten sammeln. Genau. Kiste. Gold, Gold. Äh, hier gab's den Auftrag mit den Blumen. Richtig. Klatsch wollen wir nicht hören. Danke. 395. Das heißt, wir können uns jetzt die Identifizierung von dem Helm leisten und eventuell noch einen anderen Zauber für Talana. Ja, hier gab es Tränke. Können wir auch kurz mal markieren. Tränke. Identifizieren aber auch, oder? Gucken wir mal kurz rein. Ausrüstung bestimmen, ja. Ausrüstung bestimmen. 150. Das ist teuer. Ah, schon ganz viele blaue Sachen. Stärke. Elixir ist da. Und die neuen Tränke. Ah, wir haben 4 Gegengifte bekommen. Das ist gut. Raus. Ich war nämlich kurz versucht gewesen, noch 1, 2 Gegengifte zu kaufen für das Spinnennetz. Äh, Nest. Denn ich wurde vorgewarnt, dass es jetzt nicht mehr bei jeder Spinne ein Gegengift gibt. Was ich eine sehr gute Änderung finde. Aber dass man wirklich auch einen Grund hat, Sachen zu kaufen, wie Gegengifte. Hier gab es später einen Auftrag. Hier könnten wir uns Kenji holen, aber es kostet Gold. Und der will auch Gold. Und wir brauchen Gold. Was, wir drehen nochmal hier eine Runde. Du warst ein normaler Brunnen, der auffüllt, ne? Ja. Das hätten wir jetzt verbraten. Haus. Du warst das leere Haus. Bist immer noch leer. Okay. Stopp. Markieren. Leeres Haus. Haun. Haun. Eis. Die Waffe. Haun. Haun. Eis. Haun. Kein Gift. Okay. Ah. Doch. Gab kein Gift. Vielleicht war es ja wohl nur im Spinnennest, so. Muss man ja gleich gucken. So. Jetzt aber zum Sprücheverkäufer. Der war hier vorne. Wer bist denn du? Klatsch über Zauberer. Klatsch über die Reformen. Ah. Also neue Hintergrundgeschichts-NPCs wurden eingefügt. Vermisste Personen. Ah. Von den Spinnen, die die Typen in den Brunnen ziehen. Okay. Hallo guter Mann. Wir würden gerne Zauber lernen. Talana. Teuer. Wenn der anvisierte Feind im Umkreis von 5 das nächste Mal zaubert, nimmt er 47 bis 60 Schaden. Schön gegen Zauberer. Wir brauchen was gegen Spinnen. Dunkelsicht. Nee. Ähm. Es gibt keine Schadenszauber. Das ist sehr übel. Widerschaft gegen alle Magie schulen ist gut, aber... Die anvisierten Feinde werden im Nahkampf in einen Zustand der Zeitlosigkeit versetzt. Sie können diese Runde nicht angreifen, aber auch selbst, weder angegriffen, noch sich bewegen. Äh. Also gegen mehrere Gruppen können wir eine Gruppe ausschalten, die andere töten und dann die, die wieder aufwacht, dann wieder töten. Ähm. Ja, das ist ganz nett, aber... Hm. Hatte ich mir mehr erhofft. Und wir haben nicht genug für Regeneration oder Giftheilung. Das ist nicht schön. Ah gut, aber das Gold kriegen wir hoffentlich schnell genug zusammen. Du ziehst erstmal den Helm an. Drei Rüstwert. Sehr gut. Und der levelt. So. Brunnen. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Ich denke zwar nicht, dass wir mit einem Schwung durchschaffen. Aber wir können schon ein bisschen was weghauen. Dann gehen wir wieder in die Stadt zurück. Rasten. Holen Essen. Erforschen die Stadt weiter, weil hier sind bestimmt noch ein, zwei Kisten. Brunnen und oder Fässer. Und die gehen wir wieder rein und machen weiter. Ähm. Oh. Spinne. Hauen. Hauen. Eins. Debuff. Erstes Gift. Gegengift. Gegengift. Ja. Die Spinne gab jetzt kein Gegengift zum Beispiel. Wir haben noch vier. Taka. Taka. Du hast genauso viel Schaden gemacht wie Gerogon. Du willst ein Späher sein. Na ja, komisch. Du hast nichts. Piu. 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 Also Talana braucht auch demnächst den Bogenskill. Gerade für solche Dinge ist das schon ganz praktisch. Schieß. 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 Warte. Und weg. Drei Gold. Spinne. Kein. Weg. Weg mit dir. Weg. Gegengift. Auch kein Gegengift. Oder habe ich das weggescrollt? Nö. Hey. Äh. Da ist eine Truhe. Aber ich glaube, da war auch eine große Spinne. Also rasten wir mal kurz hier auf der Brücke für die Zauberpunkte. Ah. Da kommen sie. So. Darf ich noch weglaufen? Nein. Darf ich nicht. 19 bis 32. 19 bis 32. Mach mal himmlische Rüstung. Ich hoffe, man schützt auch Gegengift. Weg mit dir. Ja. Nee. Schützt das nicht. Okay. Töten. Kein Gegengift trinken. Entzweiten. Hauen. Hauen. Äh. Hauen. 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 Nicht noch einvergiften, bitte. Hauen. Gegengift, Gegengift. Dann auf drei runter. Ich hoffe, da sind welche drin. Nein. Was aber auch gut ist. Weil woher soll die Truhe wissen, dass sie in einem Spinnennest ist? Äh. Aber ja. Gold ist schon mal schön. Das heißt, wir können uns gleich den Gegengift sauber kaufen. Oder Regeneration. Ich glaube, ich bin schon fast eher für Regeneration. Oh. Und da kam jetzt die Königin. Rasten. Jupp. Das ist die Königin. Kämpfen wir. Sofort vergiftet. Debuff. Himmlische Rüstung. Hauen. Eis. Nächster vergiftet. Ihr verbergt die Gruppe im Schatten, wodurch euch der nächste Angriff eines Feindes in dieser Runde verfehlt. So. Hauen. Hauen. Eis. Wir müssten eigentlich das Gift jetzt loswerden. Sonst würde es aus jeder Runde reinwürgen. Wir haben noch fünf. Jetzt haben wir noch vier. Wenn wir jetzt noch einen benutzen würden. Für ja dann zum Beispiel hätten wir nur noch drei. Und wenn sie dann wieder alle vier vergiftet, dann wird einer auf jeden Fall sterben. Na gut. Na gut. Töten. Hauen. Hauen. Gift geht durch. Wir haben auch acht kleine Heilträger. Das müsst ihr eigentlich hinhauen. Kannst du noch mal zaubern? Nein. Hauen. Hauen. Eis. Du bist noch ein Zweit, richtig? Ja. Stacken die. Testen. Ne. Stacken nicht. Okay. Du. Trink gegen Gift. Du. Greif an. Du greif an. Du greif an. Wir hätten vielleicht vorher einen Heiltrank trinken sollen. Sie ist außer Gefecht. Okay. Hauen. Hauen. Hier. Zauberpunkte. Hauen. Hauen. Schattenumhang. Verfehlt. Gut. Hauen. Hauen. Schattenumhang. Verfehlt und 25 Schaden. Was? Was? Da passt irgendwas nicht. Du trink das. Hauen. Schattenumhang. Verstanden. Also ich habe das Gefühl, der Schattenumhang wirkt nicht gegen kritische Treffer. Die umgehen das Ganze irgendwie. Hauen. Hauen. Können wir fliehen? Nein, wir können nicht fliehen. Hauen. Angriff. Was? Du bist was? Okay. Na komm, Zaubertrag. Oh, 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 oh. Komm, komm. Ich bin sehr froh darüber, dass wir auf Abenteuer gespielt haben. Hauen. 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 Schattenumhang. Direkt. Heilig. Du. Hau. Du. Hau. Gift. Hau. Hau. Alle verfehlen. Das ist nicht gut. Direkt. Heilig. Du machst eigentlich gar nichts. Na doch, Marsch hat nochmal ein Hau. Abgewählt. Vielleicht sollten wir doch eine Gruppe nehmen, die am Anfang gleich Kampf zaubert. Aber ist echt komisch bei ihr. Warte mal. Wir nutzen diese kurze Atempause im Kampf. Also ich kann Luftmagie Großmeister werden. Äh. Nichts. Gucken wir mal. Heil dich. Hauen. Hauen. Du. Heil dich. Du. Schattenumhang nochmal. Du. Hau. 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 Drei vergiftet. Hau. 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 Drück. Hau. 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 Nicht gut. Hau. Heil dich. Mach sie tot. Heil dich. Mach sie tot. Und. Ja. Ist. Ne. Ja. Doch. Der Schwierigkeitsgrad ist ein wenig angestiegen. Ja. Ja. Vielen Dank.